Hallo ihr Lieben, also meine Erfahrung mit Katrins Explore Your Sex Kurs war Hammer. Ich fand, das war eine super intensive Zeit. Ich war ja erst ein bisschen skeptisch, weil es online ist, aber das war so schön, wie sie diese Zoom-Calls gestaltet hat und die vielen Hausaufgaben, die man machen musste, die haben auch echt dazu geführt, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Ich habe extrem davon profitiert. Ich kriege tatsächlich mittlerweile leichter einen Orgasmus mit einem Partner, was vorher für mich eine sehr schwierige Sache war. Und ich denke, das kommt von dieser Lustlandkarte, die ich von meinem eigenen Körper erstellt habe, durch diesen Input von Katrin. Auch einfach zu wissen, was und wie und wo genau man berührt werden möchte, hat so viel mit Selbstbewusstsein und Selbstermächtigung zu tun. Ich kann den Kurs absolut empfehlen.